Hi Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt euch ein 3D-Stift-Video gewünscht, das bekommt ihr heute. Wir bauen heute ein 3D-Leopard-Gecko. Was wir dafür brauchen, sind die üblichen Utensilien wie unseren 3D-Stift, PLA in verschiedenen Farben, Papier und etwas Draht. Im späteren brauchen wir noch einen Lötkolben und etwas Schleifpapier. Aber erstmal zum Anfang. Wir fangen an mit etwas Papier. Aus dem Papier formen wir den Grundkörper des Leopard-Geckos. Dabei ist wichtig, die Proportionen einzuhalten. Außerdem wird uns das im späteren Verlauf sehr viel Arbeit sparen, da wir nicht so viel PLA draufmalen müssen. Aus dem Blatt formen wir jetzt erstmal den Körper des Leopard-Geckos. Dabei sollten wir immer darauf achten, dass später noch eine Materialzugabe stattfindet. Also den Körper etwas schmaler formen, als er später sein soll. Nun verwende ich den Draht. Den habe ich vorgeschnitten in kleine Stücke. Den teile ich mir jetzt auf den Körper auf, sodass ich den Kopf von dem Körper und den Körper von dem Schwanz schon mal vortrennen kann. Dafür verbinde ich einfach die Stellen etwas fester mit dem Draht. Das sollte dann im Nachgang so aussehen. Die Schnauze ist auch schon ein bisschen schmäler gebunden. Und durch den Draht können wir den Körper auch schon etwas vorformen. Oft findet man ja Fotos, bei denen Leopard-Geckos wie so ein S aufgebaut sind. Und das wende ich hier auch an. Die Beinchen sind ja sehr dünn im Verhältnis zum Körper. Dafür verwende ich normalen Draht. Den zwirbele ich ein bisschen zusammen, sodass ich daraus die Beinchen formen kann. Hier müssen wir natürlich darauf achten, dass die Vorderbeine leicht nach vorne ausgerichtet sind und die Hinterbeine leicht nach hinten ausgerichtet sind. Das war der letzte Schritt unserer Unterkonstruktion. Nun können wir anfangen mit dem 3D-Stift zu arbeiten, indem wir den ganzen Körper erstmal weiß ummanteln. Bis zum nächsten Mal. Die Augen der Leopard-Geckos malen wir zunächst auf einem rutschfesten Untergrund. Die roten Adern in den Augen machen wir ganz einfach. Dafür nehmen wir PLA in rot, machen es ganz dünn, das heißt Punkt aufsetzen, eine lange Strecke ziehen und wieder einen Punkt aufsetzen und das Zwischenstück davon werden jetzt unsere roten Hederchen. Die legen wir drauf, malen dann die nächste Pupille drauf, um eine Tiefenwirkung zu erzeugen und anschließend kommt einfach ein Tropfen Heißkleber drauf. Meine Hoffnung ist ja, durch den Heißkleber so einen Augeneffekt zu erzielen. Die Oberfläche sollte dafür natürlich ein bisschen glänzen. Unsere fertigen Augen können wir nun in den Kopf einsetzen. Dafür drücke ich seitlich von dem Kopf leichte Einbuchtungen in das Papier. Ganz wichtig ist jetzt, dass man die Augen gut einsetzt, denn das spätere Aussehen wird dadurch maßgeblich beeinflusst. Wichtig ist natürlich auch noch im Hinterkopf zu behalten, dass wir die Augenlider über die Augen malen können, weswegen wir noch etwas freier in der Position sind. Im Nachgang werdet ihr sehen, dass ich meine Augen ein bisschen zu groß gemacht habe, finde ich, aber das müsst ihr später selber beurteilen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr denkt. Schreibt es mir also mal in die Kommentare. Mich würde auch interessieren, was ihr eigentlich cooler findet. Die Beschreibung, wie ich die 3D-Objekte baue, mit meiner Stimme dabei oder lieber so ein Timelapse. Schreibt mir das auch mal gerne in die Kommis. Hier können wir ziemlich gut sehen, wie die Augen aussehen, wenn ein Augenlid oben und unten angebracht ist. Außerdem haben Leopardgeckos links und rechts an ihrem Kopf Tunnel. Diese Tunnel sind die Kopplung der Ohren. Um ein realistisches Aussehen zu erhalten, dürfen wir diese natürlich nicht vergessen. Falls wir jetzt aus Versehen drüber malen, kann man später mit dem Lötkolben immer noch ein Loch da rein machen. Nun kommen die Beine des Leopardgeckos dran. Dafür versehen wir einfach den Draht mit weißem PLA. Vorher können wir den Draht noch ausrichten und die Positionen erzielen, die wir in unserem Objekt letztendlich haben wollen. Dafür muss man manchmal einfach ein bisschen rumspielen und gucken, wie es dann letztendlich am besten aussieht. Wenn alle Beine dann ausgestaltet sind, können wir uns gleich dran machen, die Füßchen zu zeichnen. Dafür würde ich den Leopardgeckos auf eine Glasscheibe stellen und anfangen, die Zehen einfach mit dem 3D-Stift auf das Glas zu malen. So kriegt man direkt die perfekte Ausrichtung. Die Oberfläche unseres Leopardgeckos ist jetzt aber noch viel zu rau für mich. Deswegen habe ich mir einen Lötkolben bestellt. Ich habe es bei anderen YouTubern gesehen. So machen wir das Finish. Letztendlich werden wir dann auch unsere Farbe so reinbringen. Unser Leopardgecko ist jetzt noch komplett weiß. Ich mag weiße Leopardgeckos, aber für unseren werde ich jetzt das Rot, Gelb und Orange in Einsatz bringen. Das werden wir ganz einfach machen, während wir die Oberfläche finishen. Dafür verwenden wir jetzt unseren Lötkolben. Wenn ihr mit Lötkolben arbeiten solltet, müsst ihr sehr vorsichtig sein. Die Spitze ist zumindest bei meinem zwischen 200 und 400 Grad einzustellen. Wenn man da mit dem Finger aus Versehen drankommt, gibt das echt fiese Schäden. Also immer schön aufpassen. Unser Leopardgecko kriegt auf dem Rücken, auf dem Schwanz, zumindest am oberen Teil und etwas auf dem Kopf, orangenes PLA. Kleine Akzente kann man mit dem Rot oder mit dem Gelb jetzt setzen. Und desto mehr man das so ein bisschen rüber macht, desto realistischer sieht das aus. Denn jedes Tier ist ja ein bisschen anders. Der Schwanz eines Leopardgeckos sieht ja so ein bisschen aus wie eine Möhre. Der hat immer so Einbuchtungen. Die erzeuge ich auch mit unserem Lötkolben. Wusstet ihr eigentlich, dass Leopardgeckos ihren Schwanz abschmeißen können? Der wächst aber immer wieder nach. Naja, unserer wird seinen Schwanz auf jeden Fall nicht abschmeißen. Hoffe ich zumindest. Die letzten Akzente auf unserem Rücken setze ich mit Rot. Das Rot vermische ich dann wieder mit unserem Lötkolben, mit dem restlichen Orange und Gelb. Schwanzspitze und Kopf werden wir jetzt noch mit schwarzen Punkten versehen und mit unserem Lötkolben nochmal glatt streichen. Leopardgeckos sind echt super interessante Tiere. Ich mag die total gerne. Wie sieht es bei euch aus? Auch bei den schwarzen Punkten gilt die Regel, dass sie verschieden gesetzt werden können. Bei keinem Tier ist das irgendwie symmetrisch aufgebaut. So sieht unsere Schwanzspitze nun aus. Ich finde sie so viel interessanter als komplett weiß. Was gefällt euch besser? Mit Punkten oder weiß? Den letzten Feinschliff verpassen wir unserem Leopardgecko mit 240er Schleifpapier. Damit gehen wir einfach nochmal über den kompletten Gecko drüber, beseitigen alle kleinen Unebenheiten und erhalten so ein ganz cooles Ergebnis. Nämlich unseren Leopardgecko aus dem 3D-Stift. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst es mich auch gerne wissen. Schreibt mir gerne auch mal in die Kommentare, welchen Aufbau meiner Videos ihr cooler findet. So dass am Anfang reden, Timelapse und am Ende reden oder immer zwischendurch reden. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Somit sind wir am Ende meines Videos. Ihr kriegt gleich wie immer ein paar coole Shots vom Leopardgecko eingeblendet. Dankeschön fürs Zusehen. Bis bald, euer CapCoby. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.